Achtung, Achtung, das nachfolgende Video ist nichts für schwache Nerven und nichts für den kleinen Geldbörtel. Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Oh mein Gott, ich hoffe, ich finde die Drohne wieder. Ja, also drück mir die Daumen. Und warum Kollisionssensoren keinen hundertprozentigen Schutz bieten, erfährst du dann nach dem Intro. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen bei Justice Schmid, dem Kanal, der dich hinterher immer ein klein wenig schlauer macht. Aber heute macht er dich viel größer schlauer, denn ich möchte dir helfen, dass dir das, was mir passiert ist, nicht auch passiert. Aber was ist passiert, spulen wir erstmal ein Stückchen zurück. Und ob ich die Drohne finde und was hier passiert ist und ob überhaupt, ja, erfährst du gleich noch. Auf jeden Fall, wie gesagt, spulen wir nochmal kurz zurück. Ich wollte, wie ich das schon wirklich ganz, ganz oft gemacht habe, mit meiner Drohne über hier diesen See, unter der Brücke durch und auf der anderen Seite schön wieder hoch, wieder zurück. Also, das habe ich wirklich gefühlt schon hundertmal gemacht mit jeder Drohne, die ich hatte. Egal ob Spark, Mavic Mini, Mini 2, Phantom, Mavic Pro, such dir was aus. Also mit jeder bin ich da schon durch, wieder hoch und wieder zurück. Diese hier hat genau wie die Mavic Pro Reihe oder die Air 2 oder Air 2S oder Air Kollisionssensoren. Ja, die habe ich auch aktiviert, siehst du hier auf der linken Seite, weil sonst wäre es rot. Auf jeden Fall schön drunter her und auf der rechten Seite, das siehst du jetzt ganz genau, ist so ein kleiner Ast. Oder beziehungsweise sind Äste, ja, und die haben die Farbe gefühlt wie die Mauer, die haben die Farbe gefühlt wie der See. Es ist halt grau in grau in grau, super ätzend und in der Gebrauchsanweisung von jeder Drohne steht beim Betrieb von diesen Kollisionssensoren. Achten Sie bitte auf, ja, und ich habe sie auf dem Display nicht sehen können. Ich habe sie wirklich nicht sehen können und ich bin die Strecke vorher abgelaufen und die waren in meiner Welt nicht da. Ja, jedenfalls die Drohne so, paaf, hängt schief und ich denke mir so, um Gottes Willen, da drunter ist Wasser. Ja, ich ziehe die noch hoch und versuche da noch so ein bisschen gegenzuhalten, du siehst ja, ne. Und in dem Moment muss sie auch noch klok in die Innenseite der Brücke hier oben, geht runter. Also ganz ehrlich, die muss soo eng über dem Wasser gewesen sein. Ich wirklich nochmal bitte alle, alle Stoßgebete zum Himmel, wo auch immer hin, ja, dann geht die hoch. Rüber, nochmal hoch, runter, wieder hoch. Gimbal aus, Verbindung aus, FPV abgeschaltet. Suchen. Ich wie so ein Kugelblitz da, zack, ne, hin, 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 renn, 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 renn. Und hier in dieses Gebüsch runter, 1000 Dornen, super glitschig, direkt hingeknallt. Keine Angst, kommen gleich noch Bilder, ne. Kein Kontakt zur Drohne, keine Ahnung, wo sie ist. Also, super Stress, aber DJI hat ja dafür eine Funktion, ja. Machst du die App auf, drückst, du findest meine Drohne und wenn du hast, Rast. Restakku da ist, macht dir so, chirps, chirps, chirps. Super ätzendes Geräusch, aber du findest deine Drohne wieder. Nicht so bei Hoopsan. Und jetzt ist es raus, es ist die Hoopsan Sino Mini Pro. Eigentlich ist es ein Teil der neuen Serie und es kommt auch eine Playlist mit der Hoopsan Sino Mini Pro Reihe. Als Alternative für DJI, auf jeden Fall, das ist nicht gut von Hoopsan. Es gibt keine, finde meine Drohne-Funktion, super ätzend. Und, kurzer Spoiler, 1000 Dornen haben mich daran gehindert, schnell zur Drohne vorzudringen. Beziehungsweise, wo ich geglaubt habe, dass die Drohne ist. Ich zeige dir mal hier ein paar Fotos, wie das hier aussah, oder beziehungsweise Sequenzen, wie das hier aussah. Und du kannst dir vorstellen, hellgraue Drohne auf diesen, keine Ahnung, wo oben, unten, links, im Wasser. Ich weiß es bis zu dem Zeitpunkt eben noch nicht, wo sie ist. Super ätzend, ja. Nervenblank, tausendmal schon Freundinnen angerufen, hey, was ist los? Und die so, ah, ich kann dir jetzt nicht helfen, ich bin im Büro, ich komme hier nicht weg. Nervenblank, ja, weil ich für dich ein cooles Video machen möchte. Das Ding ist auch brutal teuer gewesen. Klar ist sie nicht so teuer wie eine R2S, aber ich sage mal, selbst 100 Euro wären mega teuer. Und sie kostet, glaube ich, ich verlinke das nochmal unten, kurz über 400 irgendwas Euro. Ist nicht schlecht, das Ding, ja. Wie gesagt, es kommt eine Menge, auf jeden Fall, zurück zur Suche, wieder in dieses Gebüsch. Keine Ahnung, das kann man vielleicht hier genau, kann man das hier sehen? Ich habe überall, ja, überall hier, überall habe ich von den Dornen, ja. Meine Vans, meine blauen Vans sehen aus wie, boah. Und es gibt dieses Chirpsen nicht, das geht mir so auf, also ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich Hubsan bitte diese Funktion, finde meine Drohne zu aktivieren, ja. Ich stehe da, ich suche, ja, ich laufe auf die andere Seite, rutsch doch mal aus, guck, wo könnte sie sein, ja. Nichts, ja, keine Ahnung, ich finde sie nicht. Ruf nochmal meine Freundin an und sie sagt, guck doch mal oben. Und soll ich dir was sagen? Ungefähr in zweieinhalb, dreiein Meter Höhe ist die Drohne. Hängt mit so einem Fuß an einem Ast und du weißt, wie windig es gerade ist, ja. Ich so, mein Gott, wie komme ich denn da dran, ne. Nochmal angerufen, ja, soll ich dir so einen Obstköcher bringen oder bringen lassen? Ich sage, das schaffe ich nicht. Wir brauchen nur einen Windstoß kommen und dann fällt sie ins Wasser, ne. Jedenfalls habe ich mir so einen Ast gebastelt, ja. Geh da so hin. Wie so ein V habe ich vorhin gemacht, ne. Heb die so vorsichtig hoch. Hab sie. So ein Stückchen runter. Bleibt ihr an einem zweiten Ast hängen. Pass! Ins Wasser. So ein Stück hätte ich sie fast gehabt, ja. Fällt die ins Wasser rein, vor meinen Augen. Ins Wasser, auf den Rücken. Du glaubst gar nicht. Ich bin hinterher gesprungen. Zack, raus. Fünf. Zehn. Fünfzehn Sekunden lang war die Drohne komplett unter Wasser. Ich habe die Nerven blank gehabt, ja. Ich die Drohne so am schütteln. Wie ein wilder Akku zuerst raus, ne. Schütteln, 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 schütteln. Ich weiß, das Video wird vielleicht nerviger dich. Aber das ist einer der wichtigsten Tipps überhaupt. Schüttel, was das Zeug hält, damit das Wasser da rausgeht. Halt vorne den Gimbal fest. Schüttel, schüttel, schüttel. Ja, Akku raus. Wichtigster Tipp. Tipp eins, Akku raus. Tipp zwei, schütteln, dass das Wasser rausgeht. Tipp drei. Ich zum Auto gerannt, ja. Wie ein Idiot. Weil ich bin ja auch schließlich der Idiot, der die Drohne hat verlieren lassen. Verloren. Jedenfalls zum Auto. Lüftung auf tausend Prozent gestellt. Klimaanlage an. Das Ding auf die Klimaanlage geschmissen. Hätte ich Haare, würden die so hoch stehen, ja. Drohne gepustet, gepustet, gepustet. Nach Hause gefahren, ja. Den Föhn von der Freundin noch in die Drohne reingehalten, ja. Und soll ich dir was sagen? Das Ding fliegt. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Hubsan verbaut hat, ja. Aber die Drohne fliegt. Vordere Kollisionssensionen funktionieren. Hintere Kollisionssensoren funktionieren. Kamera funktioniert. GPS funktioniert. Alles an der Drohne funktioniert. Was kaputt ist, sind alle Propeller. Es ist kein Arm gebrochen. Ja. Nichts dran. Der Akku, der nass geworden ist, der hatte vorher so. Habe ich auch getrocknet. Hier ist er. Funktioniert auch. Also, wenn du Lust hast, kommen demnächst megacoole Videos mit einer Drohne, die mehr verträgt als jede andere, die ich jemals zuvor erlebt habe. Kann ich dir echt nicht anraten. Aber deswegen, Tipp, glaube ich, bei 5. Vertraue diesen Kollisionssensoren nicht so sehr. Flieg lieber, so wie ich es eigentlich machen wollte, vorsichtig. Guck dir das an. Flieg nur ordentlich. Denn die Kollisionssensoren erkennen unter Umständen nicht kleine Hindernisse oder Sachen, die sich nur leicht oder mittelschwer vom Hintergrund abheben. Die haben, zeige ich dir kurz, funktioniert super bei großen Objekten. Also, wenn die auf mich zufliegen. Da funktioniert sogar dieses A-Pass, also dieses Ausweichen, nennt Hubsan jetzt Bypass. Hervorragend. Funktioniert? Tutu bene. Also, bitte, 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 pass auf. Und ja, sie ist wieder da. Die Propeller kommen bald. Ich habe neue bestellt, tausche ich aus. Und dann, ja, dann gibt es eine neue Serie mit Hubsan Sino Mini Pro in der neuesten Version. Vielleicht auch eine Alternative für dich. Denn sie ist stabiler, widerstandsfähiger, als ich jemals gedacht habe. Also, in dem Sinne, falls du die Nerven jetzt wieder runtergefahren hast, lass mir ein Like da. Würde ich mich echt freuen. Und mein ultimativer Tipp an dich, bitte flieg immer vorsichtig und verlass dich einfach nicht auf diese Sensoren. Kauf dir von mir aus lieber eine Drohne ohne Sensoren, wie die Mini 2 oder von mir aus irgendeine andere. Und achte auf deine Flugumgebung und flieg immer vorsichtig. Mit den Worten, stay tuned.